Nee, das hat mich einfach nur fertig gemacht, bin ich ehrlich. Shipment! Shotgun! Bist du only, let's go. Okay. Nein, bist du verrückt? Ja. Auf ferne, ja, aber nicht auf nah. Oh Gott, ich hab ihn halt nicht gesehen. Ich war so, hä? Alter! Vor allem, er ging auf Pistol only. Ja, hätte er die Shotgun gehabt, hätte er mich gehabt. Ja. Sorry. Mhm. Aber das wär halt eh zu weit nach vorne gedonnert. Du hättest mal da nach rechts werfen. Ja, hätte, hätte. Fahrradkette. Ja. Sehr schön. Oh mei. Der kommt drüber. Hör. Ach, schade. Alter, wird euch nicht zuzugucken, bin ich ehrlich. Warum? Das war irgendwie spannend. Ich bin voll mitgefiebert. Du kannst sehen wie ihm voll der Arsch weggeballert wird. Das kannst du doch nicht auf Shipment machen. Seid ihr denn dumm? Was ist das bitte? Terminalvisier oder was? Molotov? Wenn man den werfen könnte? Ja. Oh mein Gott. Okay. Lass nicht drüber gehen, okay? Ne, normal spiele ich nicht. Dauert viel zu lange. Okay. Sorry. Du kannst halt auch in deine Fresse rein, ne? Ja, aber übel. Schön. Und jetzt hier bei mir. Wild, 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 wild. Ich hab immer zu. Ich hab's immer von der Seite gesehen. Schön. Schön. Wenn du die Leute halt steppen hörst, ist halt irgendwann... Naja.